Mir fliegt, no bläert fliegt's. Wisst ihr, ich habe langsam die Nase voll, muss ich wirklich sagen. Entweder die Leute sind dumm oder die verstehen es nicht. Ich glaube, ich habe tausendmal gesagt, dass ich keine Videos mehr zu Alben machen werde. Aber die Leute schreiben mir jeden Tag, jeden Tag, warum ich kein Album von T-Fest, von Pharao oder sonst wer mir anhöre. Ich habe das tausendmal gesagt, ich mache das nicht, weil ich jeden Tag, jeden Tag muss ich mich mit den Formularen von YouTube schlagen. Und meistens sind das die Formulare zu den Alben. Ja, jeden Tag. Und diese Zeit, die ich für die Formulare opfere, will ich lieber Videos machen. Versteht ihr? Videos machen. Wenn ein Video gesperrt wird für ein Song, ist mir das egal. Aber wenn für das ganze Album Formulare kommen, habe ich keinen Bock drauf. Ich habe keinen Bock drauf. Und deswegen wollte ich eigentlich heute überhaupt kein Video machen. Kein einziges Video wollte ich heute machen, weil ich langsam mittlerweile verrückt werde, weil die Leute es nicht begreifen. Ich lebe in Deutschland und ich habe meine eigenen Gesetze. Ich weiß nicht, was die Leute da in Russland machen. Ist mir egal. Aber ich muss hier, meine Gesetze muss ich achten. Sonst habe ich ein Problem. Versteht das langsam. Also, ich muss jetzt gerade im Rage-Mode fahren, damit die Leute es langsam verstehen. Meine Fresse. Also, ich weiß, neun Song. Keine Ahnung, ob ich den gehört habe. Ich bin jetzt erstmal, ich muss jetzt, auf jeden Fall will ich jetzt Miyagi hören. Ich muss mich beruhigen. Ich bin den ganzen Tag sauer. Muss ich sagen. Echt. Miyagi hat neun Song mit Andy Panda und das hören wir uns auf jeden Fall mal an. Wow. Wusa. Wusa. Los geht's. Oh Mann. Kommt mir ein bisschen bekannt vor. Moment. Moment. Das. Und ich muss ihn ja weiterverteidisch. Oh Mann. Kommt mir ein bisschen drauf. Kommt mir das mal wieder ins Quizze. Kommt mir das dann doch. Kommt mir deinenまあ hairs alto. Put mir das schon dafür. Okay, okay, ich habe das gehört, ich habe das live gehört, ist ein geiler Song. Ich dachte, ich wusste, ey, wo ist der Beat? Oh man. Plötzlich bekomme ich gute Laune. Jetzt mal ohne Spaß, also wenn man wirklich schlechte Laune hat. Ich glaube, die Musik von diesen Jungs ist das Beste, was es gibt. Ich glaube, die Musik von diesen Jungs ist das Beste. Ich glaube, die Äthlips sind das Beste. Ich glaube, die Äthlips sind so geil. Ich glaube, die Äthlips sind so geil. Ich glaube, die Äthlips sind so geil. Dieser Beat, dieser Beat hat mich getriggert. Jetzt habe ich gute Laune. Ich glaube, die Äthlips sind so geil. Ich glaube, die Äthlips sind so geil. Ich glaube, die Äthlips sind so geil. Ich glaube, die Äthlips sind so geil.